Ihr unternehmerischer Erfolg hängt häufig davon ab, wie gut Sie als Unternehmer nach vorne blicken können. Herr Mayer hat dabei schon sehr früh erkannt, dass es sehr wichtig ist, seinen Mitarbeitern etwas Besonderes zu bieten, wenn sein Unternehmen in Zukunft konkurrenzfähig bleiben soll. Und diese Philosophie zahlt sich schon heute für Herrn Mayer aus, denn trotz ständig steigendem Mitarbeiterbedarf und Fachkräftemangel geht es dem Unternehmen von Herrn Mayer richtig gut. Und dass Mitarbeitermotivation nicht immer etwas mit Geld zu tun hat, ist Herrn Mayer schon lange klar. Aus diesem Grund ist für ihn die betriebliche Krankenversicherung ein richtig gutes Instrument, um seine Mitarbeiter zu binden, zu motivieren und um auch für neue Mitarbeiter interessant zu sein. Von der betrieblichen Krankenversicherung profitiert dann nicht nur das gesamte Unternehmen, sondern auch jeder einzelne Mitarbeiter und sogar deren Familienangehörige. Zum einen kann Herr Mayer mithilfe der betrieblichen Krankenversicherung seine Krankheitskosten deutlich senken und zum anderen erhält jeder Mitarbeiter den Status eines Privatpatienten, was ohne die betriebliche Krankenversicherung so gar nicht möglich wäre. Ein weiterer Vorteil der betrieblichen Krankenversicherung liegt in der Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit. Das bedeutet, dass weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer Steuern und Sozialversicherungsbeiträge anfallen. Darüber hinaus sind die Beiträge für die betriebliche Krankenversicherung für den Arbeitgeber als Betriebsausgaben voll absetzbar. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ein Unternehmen eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern über die betriebliche Krankenversicherung absichert, müssen beim Abschluss keine Gesundheitsfragen beantwortet werden. Das gibt es sonst bei keiner vergleichbaren Absicherung. Wir versprechen Ihnen, Ihre Mitarbeiter werden begeistert sein. Durch die betriebliche Krankenversicherung steigern Sie Ihre Attraktivität als Arbeitgeber und sorgen dafür, dass Ihre Mitarbeiter zum Beispiel bei Vorsorgeuntersuchungen, Krankenhausaufenthalten, Zahnbehandlungen, Zahnersatz und sogar im Pflegefall Top-Leistungen erhalten. Das ist einzigartig und bringt Ihrem Unternehmen unschlagbare Alleinstellungsmerkmale sowie einen beachtlichen Imagegewinn. Denken Sie immer daran, erfolgreiche Unternehmen brauchen gute, motivierte und gesunde Mitarbeiter. Sprechen Sie mit uns. Wir informieren Sie umfassend über Ihre Möglichkeiten, sich als Top-Arbeitgeber in Ihrer Region zu etablieren.